Ist ja schon alles verabredet. Sobald die anderen eintreffen, starten wir unsere Suchaktion. Keine Angst, wir bringen meinen Ferben zurück. Dafür könntest du ruhig ein bisschen netter zu mir sein. Machen wir hinterher, das sind gefälligst keine Anträge. Ach, wenn er doch schon wieder da wäre. Ich werde mich mal um Dattly kümmern. Kommt, Jungs, da drüben ist der Weg. Moment, mein Schnürschel hat ausgeschlossen. Entsetz dich, Gwendoline, da kommen ja Menschen. Na, kommt schon. Oh nein. Wie schrecklich. Wie schrecklich.